So könnt ihr immer das neue Casino-Auto gewinnen. Jungs, der T20 ist nur noch bis übermorgen auf dem Podium erhältlich und ich zeige euch heute, wie ihr jedes Mal das Casino-Auto gewinnen könnt. Das Ganze geht natürlich auch mit jedem anderen Casino-Auto. Alles, was ihr beachten müsst, ist, dass niemand vor euch gedreht haben darf. Das heißt, das Rad muss so aussehen wie bei mir hier. Und dann müsst ihr einfach nur noch exakt vier Sekunden warten. Wenn das Pop-Up oben links erscheint, drücken sie L, um zu drehen. Nach diesen vier Sekunden müsst ihr genau dieselbe Bewegung machen wie ich jetzt. Wenn ihr alle Schritte genauso gemacht habt wie ich, dann soll das Ganze immer perfekt auf dem Auto landen. Falls nicht, dann einfach GTA nochmal neu und versucht das Ganze erneut. Und nicht vergessen, Jungs.